Hallihallüchen, willkommen bei Hattergeek, Freunde. Ja, heute mal Vorbericht anderer Art. Ja, was ist denn das jetzt hier hinter mir? Wo bin ich denn? Ja, ich bin in Wien, Freunde. Ich bin in Wien, ja. Brückentagstrip mit den Mädels, ja. Und dann ab nach Wien. Musical geruft und Museen und was auch immer. Wien ist auch immer eine Reise wert, ja. Aber ich muss natürlich berichten, das ist doch klar. Das ist klar. Ja, ich muss mir einfach die Zeit nehmen. Deswegen heute mal eine andere Sendung, ja. So will ich das mal sagen, ja. Gut, ich auf dem Weg nach Wien, ja. Wen treffe ich da? Den Juten Dennis von Hertha TV, ja. Ein bisschen geschnackt, ja. Er ist auf dem Weg nach Amerika, hat anscheinend ein bisschen Urlaub und frönt dort seinem, ich sag mal, bestimmt zweiten Sporthobby, nämlich dem American Football. So hat er mir das in der Kürze gesagt und er freut sich darauf, da, glaube ich, irgendwas sich anschauen zu können. Ich glaube, College Football oder so. Ich weiß es nicht. Ich will nichts Falsches sagen, aber es war nice, ihn zu sehen und wir konnten kurz am Flughafen miteinander reden. Ja, Leute, ich werde jetzt mal ein bisschen über unser kommendes Spiel Samstag 20.30 Uhr in Gelsenkirchen, ja. Da will ich das ein oder andere Wort nochmal verlieren, ja, weil da gibt's noch immer was zu sagen, gerade wenn's gegen Schalke geht, ja. Wenn's gegen die Knappen geht, ja. Also ich hab mir natürlich auch hier in Wien easygoing-mäßig die PK reingezogen, aber ich muss sagen, es war diesmal auch eine recht langweilige PK. Wirklich. Also da gab's jetzt gar nicht so viel. Was hab ich mir denn notiert? Ja, 5000 Fans reisen an, das ist schon mal sportlich, das ist gut, das ist schon mal eine gewisse Härterkraft, ja, in der Feltzins-Arena, so muss das sein, ja. Und dann wurde ja Fjellot gefragt, was ist denn nun im Sturm, ja. Also mit dem Schuler, weiß ich nicht, hat's den letzten Spiel nicht so geklappt, kommt denn jetzt auch der Privyak mal. Ja, also ich möchte den Privyak ja schon seit Langem haben, aber, naja, Fjellot wirkte so, als ob er da noch so ein kleines Geheimnis drumrum macht, ja. Also er wollte es nicht verraten. Es könnte auch sein, dass der Niederlechner kommt, aber ich hoffe, dass der Privyak kommt. Aber ich kann mir gleich vorstellen, dass es anders aussieht zu meiner Aufstellung dann ein bisschen später, ja. Dann, was war noch? Ja, Sifuik ist fit, ja, das finde ich sehr wichtig, das ist wirklich unser wichtigster Mann in der Verteidigung momentan auf der linken Seite. Ja, er hatte ja was, glaube ich, mit dem Magen im letzten Spiel gehabt, aber das ist anscheinend auskuriert und er kann spielen, Freunde, ja. Das ist schon mal sehr geil. Ja, ansonsten war es nur ein bisschen Ausgeweiche, ja. Also man wollte auf das Spiel am liebsten gegen Elversberg, wo wir eine Klatsche gekriegt haben, nicht mehr nochmal eingehen. Das hat man auch bei Fjellot gemerkt. Er hat sich immer mal wieder so ein bisschen rausgeredet. Naja, ich meine, die Presse war schon ein bisschen biestig, aber da gab es jetzt nichts, was Futter hatte. Also am besten einfach nur abhaken und Fokus auf Gelsenkirchen, ja. Und da sind wir ja schon mal wieder im Bereich Transfermarkt. Ja, ich habe mir natürlich Gelsenkirchen angeguckt, Freunde. Ja, und bei den Topzugängen war ich ja einmal ein bisschen angepisst, weil der Christopher Antwi Adjai, ja, den ich ja immer wieder auch gern bei Hertha gesehen hätte, ja, ist, ja, zu Gelsenkirchen gegangen, weil wahrscheinlich von Bochum da nicht so weit weg ist. Und, aber jetzt haben wir ja den Torsteinzorn, also von daher jetzt auch egal, ja. Aber damals war ich ihn richtig so ein bisschen, naja, woran geht denn der da hin, der Freund? Ja, der kann doch bei Hertha viel besser performen, aber naja. Dann aber welcher Topzugang absolut ins Auge fällt, ist der Musa Sila, der jetzt auch der Knipser ist, der ist aus der zweiten französischen Liga gekommen für 2,5 Millionen. Da haben sie wirklich einen ganz guten rangeholt, ja. Er ist schon mit sechs Toren der Top-Torschütze, ja. Und führt wahrscheinlich doch auch in der Liga das mit an, denke ich. Sechs Tore? Ist das schon eine stattliche Zahl? Und dann den Karamann, kennt man ja auch schon, ja, bei Schalke mit vier Toren. Also sie haben da vorne wirklich zwei, die, wenn sie die Chance haben, auch mal knipsen, ja. Ja, ansonsten 4-4-2 gewohnt bei ihnen. Junis kenne ich noch aus Frankfurter Zeiten, war vereinslos, ist jetzt bei Gelsenkirchen und er hatte mal bei Frankfurt eine ganz große Zeit gehabt, ja. Das weiß ich noch, ich weiß aber nicht, ob er, ich muss mal kurz schauen, Freunde der Nacht, ob er diese Saison rübergerutscht ist. Ja. Also er ist dazugestoßen, ein Spieler, den man nicht unterschätzen sollte, ja. Er ist zwar schon 31, bisschen älter, aber wenn der wirbelt, richtig im Mittelfeld und einen guten Tag hat, dann läuft eine ganze Menge, auf den müssen wir auch aufpassen, ja. Also vor einem Sturm sind sie eigentlich ganz gut aufgestellt, ja. Dann muss man natürlich gucken, gegen wen haben sie denn so gespielt, ja. Momentan ist Gelsenkirchen auf Platz 13 mit sieben Punkten. Ja, das ist noch nicht so viel. Die Ergebnisse waren auch noch sehr bescheiden. Ich habe mir das ein oder andere Spiel gegönnt, ja, in Zusammenfassung. Eigentlich haben sie am ersten Spieltag gegen Braunschweck brilliert, ja. Da haben sie 5-1 gewonnen zu Hause. Da ging es richtig heiß her. Dann aber gegen Nürnberg auswärts verloren, 3-1. Dann Magdeburg haben sie einen Punkt geholt. Zu Hause gegen Köln auch verloren, auch richtig mit 1-3. KSC verloren. Dann dieses ominöse Spiel, wo öfter das Licht ausging, ja, und wo Gelsenkirchen eigentlich geführt hat. Ich weiß nicht, ob sie sogar 3-0 geführt haben. Und dann 3-5 verloren, ja. Und das war das Ulk-Spiel schlechthin. Jetzt klettern sie natürlich ein bisschen höher und bauen sich auf das Ergebnis vom letzten Spieltag auf, ja. Da haben sie gegen Preußen Münster auswärts 1-2. Aber ich sage gleich, eigentlich auch gar nicht so verdient. Und dieses zweite Tor war so reingestolpert. Das war so ein bisschen so ein Billardtor. Das war jetzt nicht so richtig rausgespielt. Da war auch sehr viel Glück, ja. Also das war jetzt nicht wirklich ein super überzeugendes Ergebnis, wenn man das Spiel gesehen hat, weiß man eigentlich auch ein bisschen schmeichelhaft, ja. Also da muss man jetzt auch nicht sagen, wow, ja. Also, ja, also bis jetzt noch nicht viel gerissen. Die haben einen Interimstrainer momentan. Und momentan, das ist der gute Jakob Fimpel, Fimpel, ja. 35 Jahre, noch sehr jung, hat jetzt noch ein Spiel vor der Nase. Und danach sagt man ja, nach der Länderspielpause, sollt schon der nächste neue Coach antanzen, ja. Da wird so wie Raoul, ja. Und was ich wäre, da so genannt wird, das ist ja so typisch, Gelsenkirchen, ja. Die wollen ja dann wieder so einen Mega-Namen haben, ja. Mega-Namen haben, aber naja, man weiß es nicht. Okay. Ja, ansonsten, wir brauchen es absolut nicht zu verstecken, ja. Wir haben letzte Saison auch gut gespielt auf Schalke, ja. Ja, also, sie sind momentan auch nicht heimstark. Sie sind noch sehr verwundbar, auch überhaupt noch nicht gefunden. Also, das ist wirklich keine Truppe, von der man Angst haben soll. Dann mit breiter Brust hin und zack, ja. Hin und zack, da will ich eigentlich gar nicht so viele Worte noch verlieren. Also, ich bin da mit einem Dreier total bei mir, ja. Also, wir holen dann Dreier, habe ich ganz fest der Meinung, ja. Wir müssen bloß wieder so ein bisschen an das Spiel gegen Nürnberg anknüpfen und müssen Elversberg einfach mal hinter uns lassen, ja. Aber Elversberg haben wir genug beredet. Jetzt steht Gelsenkirchen an, ja, Freunde. Okay, ich sage jetzt einfach mal meine Aufstellung, so wie ich mir das so denke. Ja. Ich habe da so zwei Sachen, die ich gerne nennen möchte. Einmal hinten, ganz klar, stellt sich von selber auf, aus meiner Sicht mit Martin Dardai, mit Leisner, Sifuik. Er hat jetzt schon vier gelbe Karten, er muss aufpassen. Bei der nächsten setzt er aus. Kenny außen rechts. Demme, ganz klar gesetzt für mich. Dann, ja, Maser, Cuisants. Erstmal. Torsteinzorn, Scherhand, Schula. So, jetzt habe ich aber schon ein paar Hinweise. Nämlich, wenn man sehen sollte, dass es irgendwie nicht richtig fruchtet, dann würde ich wirklich auch den Cesar reinnehmen. Der hat eigentlich schon auch ganz gut gespielt in der Zeit, wo er drauf war. Und den Cuisants nach außen setzen. Torsteinzorn runterholen. Und dann Previac auf jeden Fall mal wirklich. Also die Presse will Previac jetzt auch schon haben. Er war jetzt, glaube ich, in, weiß ich nicht, fünf Spielen mit im Kader und nicht einmal eingewechselt worden. Es wird einfach Zeit, dass der Junge auch mal kommt. Ja. Es wird einfach mal Zeit. Er hat sich, glaube ich, auch mal verdient. Ich würde da nicht Niederlechner bringen. Sobald es mit Schula nicht funktioniert, Freunde, würde ich Previac bringen. Und dann, wie gesagt, Cuisants nach außen ziehen. Cesar in die Mitte. Und dann hat man schon mal das Spiel so ein bisschen wieder repariert, falls es habern sollte. Aber ansonsten, go for it. Ja, richtigen Schub, richtig offensiv, zack, ran, schwindelig spielen. Und dann, denke ich, werden wir das Spiel auch nach Hause schaukeln. Ja, Leute, es ist ein spätes Spiel, 20.30 Uhr. Ich werde an dem Tag vorher im Musical sein. Ich habe aber die geile Situation, dass dieses Spiel auch in Sport 1 live übertragen wird. Und das kann man aufnehmen. Ich habe das extra so auf dem Handy, eine App. Und dann nehme ich das auf. Und sobald ich im Hotelzimmer bin, zack, ziehe ich mir das sofort rein, mache mir schon ein paar Notizen. Und dann werde ich wahrscheinlich erst Sonntag früh, dann auch von hier aus, aus Wien, meine Highlights natürlich und die Analyse abgeben. Ja, okay. Ja, Motto heißt, mit breiter Brust nach Gelsenkirchen Reier holen und wieder nach Hause kommen. Ja, so muss es sein, Freunde. Okay, dann bis zum nächsten Video. Bleibt stabil, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.